ja moin 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 und willkommen zurück zu EA Sports WRC ja ich werde mich jetzt an der Wiggly Power Stage begnügen die in Mexiko stattfindet da probiere ich mal mein Glück was ist denn da unten los wie man sehen kann ist hier einmal Oceana Oceana dann einmal Schweden dann Skandinavien Skandinavien Portugal Portugal Skandinavien Estonia Chile Chile Monte Carlo Centro Europe Oh weiche von mir satan Iberia und Pazifico cool läuft gut aber wir springen jetzt erst mal in Mexiko rein mal gucken was es für Autos gibt die hübschen Autos gibt es das ist ja schön ich tendiere aber zu diesem Kfz reizt es mich irgendwie klar der hat 335 hat auch mächtig Sonder das Ding muss man aber auch echt zügeln und ich nehme lieber den BMW von 1988 gut es reizt natürlich auch der der Opel Opel Ascona aber ich nehme lieber den BMW so ja ist ja auch nur eine Etappe da muss jetzt ordentlich Watrona geholzt werden 30 Kilometer müssen da geschafft werden Event 1 von 16 also ist ganz frisch Season 3 ist gerade frisch angefangen hat man ja gerade unten gesehen und ja ich denke die die eine oder andere ich denke mal den ein oder anderen Abschnitt so sagen wir es mal so wird mir wahrscheinlich bekannt vorkommen weil ich da schon gefahren bin so da das hier so ein bisschen heikel ist nämlich zwei Ersatzreifen mit empfohlen ist hart ja die nehme ich auch mit weil das ist denn schon etwas länger das Biest Reparatur ist jetzt schon mal Ausrichtung der Reifen da das mit vielen Kurven behaftet ist hier machen wir den Spurwinkel mal so auf zwei ja wie gesagt ich fahr das alles ohne zu üben weil ich gucken will wie das aussieht wenn ich mal nicht übe habe jetzt auch über einen Monat bis auf jetzt das Finnland Gedöns von EA Sports den offiziellen WRC Club da bin ich jetzt so weiter nichts gefahren Schickdome brauchen wir nicht ja Event Details brauchen wir ja eigentlich auch nicht gucken das ganze Ding ist 26,7 Kilometer lang ja Mexiko ist so eine High-Life-On-Tüt-Strecke aber na gut ich bin aber überlegen ob ich noch was am Getriebe mache ob ich die Übersetzung da vielleicht mal ein bisschen ja die Gänge ob ich die nicht alle mal so ein bisschen verkürze so zwei Klicks nach unten Achsantrieb komm den machen wir auch mal zwei Klicks nach unten wobei zwei Klicks brauche ich eigentlich unten ja komm bestätigen wir mal so gehen wir mal raus und dann starten wir mal rein ja ich habe kein Shackdown gemacht brauche ich auch nicht ist auch nur eine Strecke geschlumpft so den gucken wir mal oh fängt jetzt schon an zu ruckeln ja cool ja schön schön ja Club Event ist es jetzt nicht das erste aber gut ja dann wünsche ich euch viel Spaß beim gucken ich hoffe das Video wird ein bisschen länger als wie das letzte das Club Event Video das ging ja in der Hose gleich an der ersten Kurve Fünf aber gut vier drei zwei eins go Kuppe leicht links Sprung Kuppe leicht links über Kuppe Sprung hui Sprung scharf rechts Mitte links Kurve hier sind wir schon abgekattet so ey Meister wo willst du denn hin Kuppe gewonnen Mitte links einfach rechts über Kuppe mach zu das ist aber ein der wöses Beefsteam und leicht links scharf rechts scharf rechts in einfach rechts Kuppe scharf rechts kehre links einfach rechts Kuppe scharf rechts in leicht links in einfach rechts Kuppe scharf links und Mitte rechts Abzweigung kehre links und Mitte rechts durch Senke einfach links über Kuppe Abzweigung kehre rechts scharf rechts in scharf links einfach rechts über Kuppe Mitte rechts Mitte rechts über Kuppe mach zu scharf und scharf links Mauer innen einfach rechts über Kuppe Mach zu Mitte in leicht links bremsen oi 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 einfach rechts und scharf links durch Senke in einfach rechts und scharf rechts Kuppe und scharf links nicht schneiden über Brücke und scharf rechts und scharf links Wasser Kuppe ich höre junge nun das ist aber auch eine Gurke Mitte rechts über Kuppe scharf rechts nicht schneiden in Mitte links einfach rechts über Kuppe einfach rechts über Kuppe und scharf links einfach links über Kuppe in einfach rechts Achtung mach zu scharf Kuppe scharf links einfach rechts über Kuppe hoch ach komm Mach zu einfach Kuppe und Mitte links bremsen in einfach rechts Mensch Junge was ist los Alter Mann ey ich kapier das auch nicht scharf rechts scharf links in Mitte rechts Kuppe bremsen Kuppe und scharf links leicht rechts leicht links über Kuppe in Welle einfach rechts über Kuppe und Mitte links Mitte rechts in einfach links durchsenke durchsenke mittel rechts über Kuppe leicht links über Kuppe Mitte links oh Mitte rechts über Kuppe Kuppe und Welle in einfach links in Mitte rechts scharf links Mauer innen Kuppe in einfach rechts scharf rechts macht auf einfach Kuppe und Mitte links Mitte links über Kuppe und leicht links der will ja nicht lenken ne Mitte links Achtung Kuppe in einfach rechts scharf links scharf rechts Kuppe in Mitte links Mitte rechts über Welle dass ich da richtig reingelenkt habe Kuppe Kuppe scharf rechts Kuppe scharf links Mitte links Kuppe und einfach links scharf abzweigung kehre rechts Kuppe scharf links in einfach rechts Kuppe Achtung Kuppe in Mitte rechts abzweigung kehre links Oh Kehre rechts Kehre links und scharf rechts und scharf links scharf rechts und leicht und leicht links über Welle kleiner Sprung Sprung langsam Sprung Kuppe Mitte rechts langsam rechts halten in einfach links wird enger kehre links und leicht rechts Oh Einfach rechts Mitte links über Kuppe einfach links über Kuppe Nee 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 Das war Glück Und Mitte rechts Mitte links und Mitte links Mitte rechts in Mitte links langsam und scharf rechts Wasser in Mitte links Boah scharf rechts über Kuppe Wasser in scharf rechts in Mitte links Mitte rechts über Kuppe einfach links Kuppe und scharf links in Welle einfach links über Kuppe Kuppe und scharf rechts Och nee jetzt komm ey Dankeschön Einfach rechts über Kuppe Einfach rechts Breche ich das jetzt ab oder nicht Ich hab echt keinen Bock mehr Einfach links über Kuppe Bremsen Mittel rechts wird enger Achtung und scharf rechts In scharf links und scharf rechts Kuppe Und dann auch gleich 13 Sekunden Klar Langsam Einfach rechts Kehrer links Alles so klar Kuppe Bremsen Rechts über Welle in scharf rechts Scharf links Machen wir mal ein bisschen Wallriden hier Verdeckt Scharf rechts Mitte links Einfach rechts Einfach rechts Scharf rechts In scharf links Wasser Und mittel rechts Achtung In einfach links Über Welle Mitte rechts Wasser In einfach links Einfach rechts Scharf links Ich hab echt Einfach rechts War die schlechte Entscheidung Verdeckt Scharf links Kehre rechts Und mittel links Leicht rechts Über Kuppe Scharf rechts Über Kuppe Mitte links Und mittel links Kuppe Und mittel links Verdeckt Scharf rechts In scharf links In scharf rechts Nicht schneiden Mitte links Über Kuppe Hey Abzweigung Mitte rechts Mitte links Über Kuppe Abzweigung Kehre rechts Mitte links Mitte links Mitte rechts Einfach links Über Kuppe Kuppe Langsam Scharf links Mitte rechts Mitte rechts Einfach rechts Kuppe Mitte links Über Kuppe Ey 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 Mann wieso Stockt das hier immer Was ist das Langsam Einfach rechts Über Kuppe Kuppe In scharf links Nicht schneiden Und scharf rechts Oh Mann ey Also Leicht rechts Der Hintern Der will dauernd nur hinten weg Achtung Links über Wendung Also Fargeflieh kommt hier gar nicht Und scharf links In leicht rechts Ja genau Ja 20 Sekunden Cool Ja nee Ist schon Ist schon recht Geh mir doch gleich ein DNF Einfach rechts Und lass mich dann weiterfahren Mach zu Mittel Scharf links Über Kuppe In leicht rechts Und scharf rechts Mittel rechts Mitte links In einfach rechts Scharf links Und scharf rechts Ich glaube der Wagen war die falsche Wahl Also der Arsch der will hinten immer nur wegrutschen Scharf links Also da ist nichts mit gemütlich mal eben hier Leicht rechts über Kuppe Einfach links Einfach rechts über Kuppe Einfach rechts über Kuppe Mitte links Kuppe Langsam Scharf links In scharf rechts Also ich muss sagen Die Strafen sind hier aber auch ganz schön übertrieben Muss ich sagen Scharf links Scharf rechts Scharf links In einfach rechts In leicht links Auf Kuppstein In einfach rechts Mittel rechts Scharf links Rechts halten In leicht links Schotter In einfach rechts Mach zu Mittel Und scharf links Und scharf rechts Und leicht rechts Scharf links Nicht schneiden Mach zu Scharf Einfach rechts über Kuppe Achtung Kuppe Mitte rechts Scharf links Nicht schneiden Langsam Kleine Kuppe Und mittel rechts Scharf links Was mich wundert ist Dass ich noch keinen Reifenschaden hab Komm den will ich jetzt auch noch geben Kehre rechts Mitte links Einfach rechts Kuppe Mittel rechts über Kuppe Boah Junge Wo willst du eigentlich immer hin Ey Schau Ey Du gehst mir echt auf die Nüsse Einfach rechts Leicht links über Kuppe Das kann doch nicht angehen Kuppe Achtung Ja genau Einfach rechts über Kuppe Bremsen Scharf links In leicht rechts Scharf links Scharf rechts Kuppe Leicht rechts Scharf rechts Abzweigung Kehre links Verdeckt Kuppe Kuppe Sprung Sprung Leicht rechts Auf Kopfstein Mitte links Auf Schotter Langsam Kuppe Scharf rechts Scharf rechts In einfach links Mittel rechts Kuppe Boah Junge In einfach links In leicht rechts Weite kehre links Weite kehre links Kuppe Einfach rechts Langsam Langsam Kuppe In mittel links Mach zu Denken wir uns mal die 40 Sekunden weg Dann wäre das echt eine schöne Zeit Und einfach rechts Und einfach rechts Kuppe Kuppe Scharf rechts Scharf rechts Scharf rechts Scharf links In mittel links Mittel rechts In mittel links Einfach rechts Langsam Kuppe In scharf rechts Einfach rechts Gut, man muss auch dazu sagen Mit ein bisschen Übung Wäre das natürlich alles bestimmt ein bisschen flauschiger Oh, ja Wo sieht das denn aus? Oh, gut Kuppe Kuppe Leicht rechts Über Kuppe Mitte links Auf Kopfstein Einfach rechts Mitte rechts Mitte links Über Kreuzung Scharf links Auf Schotter Woo Kleine Kuppe Mitte links Über Kuppe Und scharf rechts In Brücke Langsam Nee, nun Oh, Mann Kuppe Junge, Junge, Junge Und scharf links Auf Kopfstein Leicht rechts Langsam Kuppe Abzweigung Scharf rechts In mittel Links Mittel rechts Über Kuppe Boah Leicht links Lenkung stimmt Kuppe 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 Mittel rechts Mitte links Über Kuppe Langsam Einfach links Über Kuppe Und scharf rechts Und mittel Rechts Abzweigung Bestimmt 5000 Leicht links Leicht links Einfach links Über Kuppe Und einfach rechts Mach zu Mittel In mittel Links Oh Oh Komm Weiß Nee, Junge Die 5 Sekunden Kann ich Auch noch mitnehmen Vielleicht kriegen wir Die Minute Mette Strafzeiten Ja noch voll Scharf rechts Einfach links Über Kuppe Scharf rechts Kehre links Kehre rechts Und scharf links Und scharf rechts Mitte links Über Kuppe Mitte links Kuppe Und mittel Rechts Und mittel Links Scharf rechts Und mittel Rechts Oh, der Kontrolle Der ist am Vibrieren Das ist echt Unglaublich Ey Mitte links Macht auf Einfach Langsam Doppel Achtung Kuppe Sofort Kehre rechts Mitte links Mitte rechts Im Einfach links Controller Vibrieren Und schnurrt Hier rum Mitte rechts Über Kuppe Und leicht links Leicht rechts Wasser Mitte links Mitte links In mittel Rechts Achtung Kuppe Mitte links Achtung Einfach links Langsam Scharf links Und scharf rechts Über Brücke Scharf links Kuppe In leicht rechts Mach zu Scharf Kuppe In scharf links Moment Leute Ich muss mal eben Unterbrechen Das hat an der Tür Geschehen Ich bin gleich wieder da Musik Vielen Dank. Ja. Komm her. Kleine, miese Katze. Kleine, miese Katze. So, da bin ich wieder. Ja, ein kleiner Outtake. Kann ich mich erholen. So, weiter geht's hier. Auf das ich das Auto ganz zerstöre. Ah, zwei, eins, zero. So, dann habe ich es ja auch bald geschafft. Das läuft. So, Monsar zu sein. Ich bin auch froh. Kuppe, scharf links und mittel rechts. Und einfach links. In einfach rechts. Kuppe, mittel rechts. In scharf links. Ich bin gespannt, wie das Auto aussieht. Scharf rechts, über Brücke, mittel links. Scharf rechts, über Brücke, mittel links. Ich bin gespannt, wie das Auto aussieht. In mittel rechts. Wenn das so weiter geht, dann habe ich bald kein Auto mehr. Und mittel links. Macht auf einfach. Boah, das kann ich an... Was sind das für... Scharf rechts. Bild Anhalte, Dinger hier. Ich wäre normalerweise bei 23,50. Halt, da muss ich hin. Wenn ich die ganzen Strafen wegziehe. Doppel, Achtung. Kuppe, scharf links, mittel rechts. Kuppe. Boah. Kuppe. Kehre links. Und leicht rechts. In einfach links. Nicht schneiden. Wasser. Und leicht links. Mitte rechts über Kuppe. Kuppe. Einfach rechts. Einfach links. Über Brücke. Kehre rechts. Boah, da dreht sich so weit rein, dass er in den Berg rein... Für... Einfach links über Kuppe. Piep. Einfach links über Kuppe. Einfach links über Kuppe. Scharf links. Scharf links. Oh, Mann, du. Scharf rechts über Kuppe. Kehre links. Einfach links. Ja, das ist aber mal eine Powerstage. Wahnsinn. In einfach rechts. Mitte rechts. Und einfach rechts. Kuppe. Kuppe. Scharf links. In einfach links. Und einfach rechts. Scharf links. Kuppe. Mitte rechts. Kuppe. Mittel rechts. Kuppe. Mitte links. Kuppe. Scharf rechts. In leicht links. Kuppe. Kuppe. So, letzter Abschnitt. Sehr schön. Mitte links. Und scharf rechts. In scharf links. Alter, du machst mich fertig, du Krübelkarre. So, komm. Jetzt guck da nicht rum. Mitte links über Kuppe. Wer auf dem Berg da hochfahren will, der kann auch mal eben schnell eine Steigung hochfahren. Sprung. Naja gut, das könnte jetzt natürlich auch sein, dass die Reifen jetzt dann auch durch sind. Langsam. Einfach links. In einfach rechts. Mitte links. Kuppe. In scharf rechts. Nachkreuzung. Kuppe. Und einfach rechts. Einfach links. Heftig, ey. Einfach rechts. Muss man sich mal überlegen. Kuppe. Ja gut, wenn man die Strafen abzieht von über 40 Sekunden. Mittel rechts. Scharf links. Nachkreuzung. 26, 50. Aber muss man sich... Die Reifen sind durch, ey. Aber muss man sich mal überlegen, ey. Pro gefahrenen Kilometer über eine Minute. Ziel bis Stopp. Ja, genau. Ja, genau. Und einfach nochmal gegen Kaktus fahren. Das ist genau richtig. Meister. Boah, bin ich froh, dass ich durch bin. Oh, ihr glaubt es nicht, Alter. Gut, nach dem BMW sieht es jetzt nicht mehr ganz aus. Oh Gott. 156. Ja, ich hab mir sowas schon gedacht. Plus 45 Sekunden. Ziehen wir die mal ab. Dann bin ich bei 27, 18. 18, 18, 27, 13. Richtig? Welch hier? 145. Siehst du? Oh Gott. Oh Gott. Da muss ich mal überlegen. Haut euch das mal rein. Ich bin 6 Minuten von der Bestzeit weg. 6 Minuten. Mit Wattwindwagen ist denn der Erste gefahren? Da gucken wir jetzt mal. Die Zeit nehmen wir uns jetzt. Kann ich da jetzt eigentlich... Vorheriger Tab. L1. Ja, mach da nicht. Gut. Alles klar. So, dann bin ich auch gleich oben. Was hat denn Oberlocke geschafft? 21 Minuten 44. Gut, er ist den Ford Escort MK2 gefahren. McRae Motorsport. Wo ich eigentlich auch hin tendiert habe. Aber ich hab gedacht, ich fahr mal ein anderes Auto. Gut, hätte ich den vielleicht nehmen sollen. Der wäre klein und leicht und vielleicht wendiger gewesen als wie der BMW. Ja, Gottchen. Was soll's. Kann ich wieder zu meiner Dings hinspringen? Ach, komm mal, wir gehen mal weiter. Da bin ich. Weiter. Eventübersicht. So, dann hab ich das Erste gefahren. Besten Liste noch mal gucken. Da können wir uns den Split ja noch mal angucken. Ja, das kann man sehr gut lesen. Also, da bin ich gefahren. Na 1,49 im Ersten Sektor. Da war ich schneller. Aber bei Weitem schneller. Im Zweiten Split war ich dann wieder richtig langsam. Fast 10 Sekunden. Im Dritten Split habe ich dann, ja. Gut, im Zweiten Split muss ich sagen, ich denke mal, da war dann schon die erste Strafe. Und ja, im Sechsten Split, da bin ich denn wieder schneller. Um 16 Sekunden. Okay. Ich guck mir jetzt aber auch nur Platz 155 an, ne. Ihr habt da wahrscheinlich schon mal nach oben geguckt. Gut. Äh, hier ist denn schon mal 2 Minuten 4. Da habe ich dann die 30 Sekunden Strafe wahrscheinlich kassiert. Oder was auch immer. Ja, und dann waren wir eigentlich... Oh, im Zechsten Split bin ich mal richtig fix gewesen. 1 Minute 19 und da hat der 1,43 geschafft. Garantiert eine Strafe eingehandelt. Äh, ja. Hier bin ich denn im letzten... Also, im 13. Split bin ich denn unter 2 Minuten. Da bin ich auch besser. Da bin ich ein bisschen schlechter um 6 Sekunden. Da bin ich eine Sekunde besser. Ja, aber im Großen und Ganzen hat sich das denn alles so ein bisschen... Ja, eingependelt. Guck mal, der über mir, der hat 27 Sekunden Strafe. Der andere hat eine 43er und der andere eine 15er. Ja. Ja, wie es dann halt eben so ist, ne. So, beenden. Und dann ist die Power Stage geschafft. Ja, bin ich ja mal gespannt. Und, wirklich, Rallye. Muss ich mal gucken, wann ich da Zeit habe, wann ich das noch fahren kann. Ich habe ja jetzt denn noch 4 Tage. Okay. Ähm, ja. Das ist jetzt zumindestens durch. Hier kann man dann auch alle Auto... Alle Autoklassen werden hier genommen. Ähm, hier bei der offiziellen WRC. Da hast du wirklich nur, ähm, die WRC, WRC 2 und WRC Junior. Andere Fahrzeugklassen hast du hier nicht. Also, da musst du mit den richtigen Kanonen fahren. Wobei WRC 2 ist ein bisschen langsamerer. WRC Junior ist noch langsamerer. Aber sonst ist das, äh, ja. Ja, jetzt bin ich auf den 1500sten. Ich bin gespannt, wo ich lande. Ich bin ja schön DNF gegangen. Ha. Das muss ja sein. Hier bin ich durchgekommen, gerade so. Ja, und weekly muss ich denn mal schauen. Gut, Leute. Dann war es das von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und dann hören und sehen wir uns in einem neuen, nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.